So, da sind wir wieder mit Mass Effect und es geht los. Die erste Runde haben wir ja wunderbar gefailt. Und jetzt machen wir nochmal Silber. Wir versuchen es einfach nochmal. In der 10. Runde. Ja, das ist ziemlich mies, weil es nur 11 Runden gibt. Und die 11. Runde ist halt dieses, in diese Exfiltationszone müssen wir da reingehen. Und dann werden wir abgeholt von diesem komischen Ding da. Hätten wir wenigstens die Aufgabe geschafft. Und ich hab wieder vergessen, Mass Effect Leiter zu machen. Das gibt's doch nicht. Wenn ich jetzt die Aufgabe geschafft hätte, hätten wir noch Kohle bekommen. Aber naja. Leider nicht. Oh, die Map finde ich cool hier. So, ich mach mal kurz Mass Effect Leiser. Also, immer ganz ganz kurz. Nicht verfügbar. Ich werd jetzt ein bisschen campen. Es sind Gas. Nein. Wunderbar. Ich hasse Gas. Vor allem diese Raketenwerfer, die gehen mir... Äh... Ich bin schon tot. Hey! Haha. Super beginnen. Ich liege ja irgendwo am Arsch der Welt und bin voll am abkruseln. Äh, wie kommen alles zu dir irgendwie gerade? Ich bin gleich... Wow, war das laut. Das war laut. Das war laut. Das war laut. Danke. Bitte. Ich will ja nichts sagen, aber ich bin auch gleich tot. Das ist erste Runde, das wisst ihr. Ja. Weißt du? Haha. Ja, Erik. Erste Runde, ne? Boah, was ist das für ein krasses... Wer ist schon Raketenwerfer eigentlich? Wieso haben die jetzt schon Raketenwerfer? Ja, das sind diese Raketenschützen da. Das ist bei Silber. Also in der ersten Runde? Jaja. Das ist bei Silber so. Bei Silber ist das so, dass wenn man bei Braus in der dritten Runde anfängt oder so. Ich meine, ich hab' ich's mal gesehen. Irgendwo. Ist schon klar, dass wir Silber spielen, aber... Das ist ja toll. Ich hab' das sonst nicht so viel... Doch, die kam schon immer so. Ach, die kam schon immer so. So können wir jetzt weniger über's kommen reden und weiter Messeffekt spielen? Nein, das sind diese Gasbomber. Ach fuck, ich bin ja kein... Nein, das sind Gasbomber. Boah, die mag ich auch nicht. Das ist kacke, wenn du vorne an den Griff machen willst und dann plötzlich in die Drohne setzt. Boah, was ist das für ein krasses Geräusch hier eigentlich? Das bin ich wahrscheinlich. Das kann gut sein. Ich bin gleich tot. Was ist das hier? Äh, warte. Genau. Boah, Alter, wie laut ist das? Das ist gar nicht laut. Bei mir schon. Also im Gegensatz zu den anderen Geräuschen. Ich hab ein Assist bekommen, 300. Ich bin gleich tot. Oh, das ist aber da hoch geflogen. Ich muss mal kurz Money holen. Ein geheimes Gerät wurde auf dem Weg zum Hauptquartier verloren. Fünften Sinus Objekt, das war gut. Oh, das wird mies jetzt hier. Wir müssen lang gehen da. Okay. Boah, ich hasse Gats, ey. Vor allem die Raketen, äh, Viecher da. Raketenschützen, die kann ich gar nicht ab. Wir müssen weg. Pyro sind noch schlimmer eigentlich. Ach, stimmt. Ja, Pyro ist echt schlimm. Ah, wir hatten diese Station ja aufgebaut. Nein, Reaper sind nicht so schlimm. Finde ich. Das war der, der Daniel war das. Der, der jetzt gerade auf Erde rumliegt. Ja, ich komme. Ja, ich bin auch da auf der Erde, weil ich hier ohne Unterstützung umwende. Oh, das war Headshot. Leute? Ja, wo bist'n du? Ja, Objektbeschaffung und so. Okay, ich bin noch da. Ich bin noch da. Ja, passt. Jawoll. Bamm. Hat's jemand unsichtbar gemacht. Wer war das? Meine Drohne. Wenn ich'n Kill bekommen hab. Ich bin getroffen! Bamm! Mein Messer ist schon wieder zugegangen. Bamm! 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 Marcel. Ja, bleib mal Marcel, ist gut so. Ja, guck mal ein bisschen Marcel zu. Ja, auch weil ich jetzt bestimmt noch sehr viel machen werde, weil das der letzte Gegner ist. Und Marcel, boah, mit einer unglaublichen Integanz. Oh, schade. Marcel? Äh? Was ist mit dir los heute? Wieso? Punkte? Boah, wir sind ja, das ist Welle 5. Ja, gut, Welle 5. Ich achte da doch nicht drauf. So extrem. Ich auch nie eigentlich, aber. Ne, ne, guckst du nur immer wieder nach. Ja, so ganz kurz, ja. Obwohl es halt nicht egal ist, weil jetzt weißt du jetzt sowieso wegen Exploitation und so. Da lege ich schon wieder auf den Boden. Du bist voll am Abschimmeln. Ja. Ganz wunderbar. Alter. Nein, ich will nach Deckung gehen. Mann. In Deckung gehen, dann springt die Alte nach vorne, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ah. Nein, ich bin auch gleich tot. Ich bin auch gleich tot. Ich bin auch gleich tot. Ich bin tot. Ich bin da zu, ja. Da drin zu. Ja, fuck. Ich will wegspringen jetzt. Dat wird's ne Runde. Boah, Alter, Alter, Alter. Geh doch aus dem Weg, Ehrigen. An. Ja, das ist doch nicht normal. Heul dich durch die Gegend. Hallo? Ja, ich bin tot. Willst du gearschen? Kann nie. Jetzt irgendwie kriegen wir es halt auch nicht hin, na? Äh. Ist jetzt nur, äh, doofe Gegner. Hm. Also, ich hasse Gäste, das ist die Schlimmsten. Ja, das ist wichtig. Ich mag's auch nicht. Mal. Jetzt hat meine Kampftoe nämlich gerecht. Alter. Mal kurz weg hier. Das war laut. Warte. Du bist schon tot, oder? Ja, ich bin schon ne Weile zu. Guckst du grad zu? Ich guck dir grad zu, ja. Achso. Nein, nicht schon wieder. Nein. Jetzt guck ich Daniel zu. Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt Erik. Jetzt wieder Daniel. Kommst du ran, Daniel? Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ja, das ist, äh, das klang, als wär's knapp gewesen. Nein, war nicht knapp. War doch bei der Hälfte. Bilderauflagen wieder. Dreckshecken hat mir jetzt eigentlich... Was, hey. Was? Ich hab dir gar nix plus. Doch, du hast mir den Kommandant geklaut. Wie hab ich denn das gemacht? Keine Ahnung, irgendwas hab ich denn geschossen. Dunkelkanal. Ach, dunklerkanal. Ah, das ist schön. Ah, ich bin wieder da. Das ist eine Fähigkeit, die Gegner aber sehr lange Zeit Schaden zufügt. Der hätte nur noch einen Schuss gebraucht, du'n Dreck. Das Geilste war, ich war dann der Zwischenstürze und zwei, dreimal Toteprof ich das letzte Mal eingesetzt hatte auf den. Hecken. Wie schön. Äh, wird sagen jeder nimmt sich den Ausgang, oder? Ja, nee, ich muss ja nicht mitmachen, bei mir steht ja mein Nachschubding in Star, wo ich bin. Keine Fahrt geht. Ich glaub, das wird hier relativ eng werden. Äh. Alter. Ich würd sagen, wir bleiben hier hinten und kümmern uns darum, dass ihr, äh, nicht geschossen habt. Am besten. Das ist ziemlich laut. Boah. Äh, Sorot? Bin schon da. Gut. Danke. Jetzt kann man auch grad sehr viel sehen, hier. Boah. Zumindest die ganze Versuchungszeit ja ganz gut. Hier kommt ein Gasbaum mal rein, Vorsicht. Wo, 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 wo? Von Dings, hinter dir, da. Die Dinger sind Viech auf so'n engen Raum. Noch einer. Aus hier. Äh, hier draußen sieht's aber auch nicht besser aus. Oh, fuck. Geh doch raus, Sorot. Leute? Äh. Geh doch raus, man. Hier ist doch nirgends los, richtig, jetzt. Äh. Gut, voll geht's jetzt. Meine Fresse, war das jetzt ne Runde. Man hat einfach ne Explosion gesehen. Marcel, die Kills waren jetzt einfach. Ja? Die waren ja alle fast tot. Ich hab zwei Bohengranaten reingeworfen. Okay, jetzt liegt er mal in der Runde. Ich bin hier. Dام умiones lefty. Danke. Danke. Und? Okay. Danke. Ich bekomme wieder einen Assist. Also, man muss schon deutlich mehr aufpassen, wenn man einen Charakter hat, der nur sehr wenig Leben und sehr wenig Schilder hat. Ich nigga halt. Ne, Jotica. Experte. Ja, okay, gut. Ich bin glaube ich auch gerade Experte. Drell bin ich gerade. Da sind zwei Bomber drin. Die gehen aber beide auf meine Drohne. Alter, scheiß Ketenschützen. Geht jemand hin? Alter, das gibt's noch nicht. Ich geh zur Batze. Ah, jetzt. Bin... tot. Arschloch. Also, Pyro. Nein! Ich bin auch gleich tot. Der will zutreten. Ich bin gleich auch tot. Pyro, Pyro, ich bin tot. Willst du Horst? Ich komm zu dir. Ja, ich bin Horst. Ja, ich bin ganz tot. Bei der Pyro will ich mich einfach reinstellen. Das mit dem wiederbleiben muss irgendwie besser klappen. Ah, Alter. Was? Ja, äh, ich würd sagen, das war's. Hau ab, hau ab. Hau ab. Kann ich nicht. So einfach. Mann, der will zutreten. Äh, tu nicht mal selber wiederbeleben. Würde ich sagen. Hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon. Uah. Kaff mal. So, lass mal ein bisschen. Alter. Auf welche Entfernung diese Scheibyros auch schießen können, ne? Das ist echt unglaublich. Ich übernehme den Kommandant. Ja. Pyro. Oh. Einige sind Gegnern hier noch. Irgendwie. Oh ja. Ey, Erik. Die Bomber sind echt nervig. Ich will Marcel helfen. Was ist das für eine Waffe mit der du schießt? Erik. Vorsicht Bomber. Hä? Was ist das für eine Waffe mit der du schießt? Äh, Mattock. Okay. Die kommt mein, 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 mein. Spiel ist hier am nächsten irgendwie. Nein! Ohhhh. Hast du noch Medi? Nein. Noch. Eins hab ich noch. Ja dann, ich hab keins mehr. Achtung, bei mir ist ne Pyro, aber die ist noch entfernt. Oah! Ich will da hin. Nein! Alter. Das war jetzt klar. Erst einmal ne Runde. Du kannst drüber latschen. Auch mal. Jetzt kommt der Raketenwerf. Oh ja. Wo ist der? Wo ist der? Pass auf. Jetzt darfst du dir von Erik anhören. Warum hast du jetzt ne Raketenwerfer? Nee, weil jetzt nie. Jetzt, äh. Silber ja eigentlich sowieso nie. Außer in den ersten Runden. Irgendwie dann. Oder wenn es halt bloß ein Einkner oder sowas ist. Keine Ahnung. Oh! Wo ist meine Drohne eigentlich hier? Ja. Ich werde in der nächsten Runde wen mit Geschütz nehmen, weil dann sie nicht mehr alles selbst zu machen müssen. Besser. Ich werde mir in der nächsten Runde erstmal ein Specter Pack kaufen. Vielleicht haben wir die Runde hier schaffen, oder? Hä? Äh, Pyro. Hast du dafür auch genug Geld, wenn wir das Ganze hier nicht schaffen? Ja. Ich hatte 5.700. Äh, 8.000 Minuten oder Citrone dürfst du beschäftigen, aber... Und wenn die denn bei dir in der Nähe immer so, äh, lila, äh, Leibungsschaden habe. Das heißt, Vernichtungsfeld. Wenn die in bestimmten, äh, in der Krone rankommen, kriegen die halt dauerhaft Schaden. Also so, wenn die da drin sind. Äh, Bombe. Wir verfügen ihnen auch mehr Schaden zu. Durch Waffen oder Fähigkeiten oder sowas. Ah, ich bin wieder da. Jawoll. Gut. Yeah. So. Muss dann halt immer noch wieder aktivieren. Das hält glaube ich noch vor 50 Sekunden. Ich hab kein Medi-Gay übrigens mehr. Ich hab noch eins. Neun ist das jetzt. Boah, Mann. Boah, Fail. Ich weiß mittlerweile 50 Sekunden heute. Nein. Nein, ich will... Boah, ey. Wüsst'n du. Ich kam schon. Das waren die Pyros, oder? Alter. Alter. Ich hab Slash gedrückt, Mann. Heute... Sorry, äh, aber irgendwie... Ja, wartet kurz. Danke. So, warte. Was? Ich hab nichts gemacht. Ich bin vollkommen unschuldig. Ah, Mann. Beweg dich. Nein. Da hat er so sauviel Panzerungen. Hä? Nein! Kommt jemand ran? Ja. Weil wir werden euch sofort die Schilder aufladen. Ich verspreche euch. Ich bin vermutlich. Alter. Diese blöden Kommandanten, ne? Einzige Guter an denen ist das Instant Kill haben. Ah, jetzt kann noch ein Pyro von hinten die Decks aus. Äh, ich mach. Boah. Mann, 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 Mann. Ah, aua. Ah, ist ja hier Schilderfahrt und so. Xer. Au, 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 au. Nein, 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 nein. Ein Schuss, oder bin ich tot? Ja. Ja. Kenn ich. Äh... Ich bin tot. Oooooooah, au, 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 au. Ai, 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 ai. Danke. Ja. Reden wir... Also... ...fatsch. Ja. Ne, egal. Oh, ey. Ich hab wieder nur die Kampfdrohne erwischt. Feuerexplosion. Hütte sich auch lustig an. Sehr lustig, ja. Ja, was heißt denn, so lange in den Gründen stehst? Das ist doch bestimmt lustig. Alter, was hier alles drauf gab, den Gegner. Im Map gibt's eindeutig zu wenig Bogengranaten. Wow! Gebt euch mal meine Trottel zu mitspielen. Nein! Ah, das hat super geklappt, Erik. Ich bin auch tot. Unterwegs. Mir stehen, glaube ich, drei Pyros oder so. Macht nichts, glaube ich. Ich bin ganz tot. Oh, schon wieder? Ja! Ich bin tot. Äh, ich... ich versuch's. Ich bin nur unterwegs. Ja, geh selbst mal, der Pyros hat... Wollte gar nicht zu gehen. Dann komm mal rum so. Was? Äh... Drohne. Aufm Rückweg Marcel wiederbleben. Okay. Ich würde... Und ich belebe dich schnell wieder. Ne, lauf weg! Hä? Oh! Scheiße, was steht denn hier auf? Ich würde sagen, die Runde schaffen wir nicht. Schätze ich jetzt mal so, weil... Wer war das? Meine Drohne beschützt mich. Mann! Ich hab' einen Raketenwerfer im Fortkauen. Sorry. Ich hab' ja nur noch einen Raketenwerfer. Ich komm mal mit hochladen. Alter! Wo seid ihr eigentlich alle? Ich bin hier alleine hochladen. Ich bin schon da. Nein, die Raketenwerfer daneben. Marcel, ich komm mal mit hoch hier. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Wollten mal gucken, ob ich den Kommandanten erwische. Raketenwerfer voll daneben gehauen. Äh... Ohne. Team Mitglied in Schwierigkeiten. Nein! Ach, lass mich sterben. Hochlandschaft aber noch alleine. Erik, du bleibst da und ich schaue mich um da. Ja, versuch's mal. Ohne, geh mal da runter. Ja, weg da. Da kommt direkt rum. Ja, ich eile. Ah, hier ist ein Bomber. Habe ich nicht gesehen. Was ist denn der? Denny. Hä? Da kommen wir gleich mal mehr Fluss. Das ist ja sehr... Aua! Fechst du Marcel, oder soll ich? Ja, unterwegs. Ich bin wieder da. Oh, sie! Ich bin... tot. Ah... Ja... Also, ich schlage vor, dass wir in der nächsten Runde... Ja, es wird zu. Ich schlage vor, dass wir in der nächsten Runde... Also, hau ab. Ich schlage vor, dass wir in der nächsten Runde unsere besten Charaktere nehmen. Weil dann schaffen wir's vielleicht auch mal. Dann nehme ich derzeit auf Wächter. Ich habe keinen besten Charakter. So als normalerweise in den Frontkämpfer, aber... Aber wieso schaffen wir heute keinen Silber? Ich krieg hier in der Matte. Was soll denn das? Ihr guckt schön, dass er um mich kommt, ne? Von hinten? Ja, von der Seite auch. Ja, von der Bomber. Von links. Pyro auch. Du hast nur eineinhalb Minuten Zeit hochladen. Es reicht aus. Ja, aber nicht mit diesen drei Pyros da oben. Bomber von links. Drei Pyros. Ja, zwei. Ja. Egal. Hab kein Medica mehr. Hab kein Medica mehr. Hab kein Medica mehr. Dann war's das mal wieder. Wie hälfte Runde? Zehnte. Wieder Zehnte. Ja. Und was haltet ihr von meinem... Vorschlag? Ähm... Wenn ich wüsste, was mein bester wär, ne? Ähm... Ne. Momentan ist ja der beste der Techniker. Ja. Und ähm... Der hat auch genauso wenig Leben wie die. Deswegen macht's keinen Unterschied, wenn ich das vernehme. Auf jeden Fall wende ich jetzt nochmal die Aufnahme. Und bis gleich. Tschüss. Tschüss.